Technik, Trends, Innovationen. Willkommen zu den Top News der Woche, präsentiert von elektronik.net.de. Ich bin Elli und ich begrüße Sie zu den wichtigsten Nachrichten der Woche. Sony und Raspberry Pi haben eine neue KI-Kamera vorgestellt, die für 70 US-Dollar erhältlich ist. Diese Kamera, kompatibel mit allen Raspberry Pi-Computern, ermöglicht die Entwicklung von KI-Lösungen zur Verarbeitung visueller Daten direkt an der Edge. Ausgestattet mit dem intelligenten Bildsensor IMX500 von Sony, verarbeitet die Kamera Bilddaten direkt im Sensor, wodurch zusätzliche Hardware wie Grafikprozessoren überflüssig wird. Die Kamera soll Entwicklern weltweit helfen, einfach und effizient KI-basierte Anwendungen zu erstellen. Joachim Lai ist neuer CEO von Ziel-Abeck und löst Dr. Marc Wucherer ab. Lai, seit 2021 im Unternehmen, war bisher als Produktionsvorstand tätig. Zudem wird CFO Olaf Kahnig das Unternehmen verlassen, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Zusammen mit Lai und CTO Wolfgang Mayer wird der Vorstand zukünftig aus drei Personen bestehen. Balkonkraftwerke sparen Stromkosten, auch im Winter. Zwar produzieren sie in den dunklen Monaten weniger Strom als im Sommer, doch sie decken oft 10 bis 20 Prozent des Haushaltsbedarfs. Besonders effizient sind sie, wenn sie einen Speicher haben oder bifaziale Solarmodule nutzen, die auch Licht von der Rückseite verwerten. Wichtig beim Kauf ist die Qualität. Billigangebote können sich weniger lohnen. Die aktuellen News der Woche erfahren Sie hier jeden Freitag. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen WK-Fachmedien und elektroniknet.de. WK-Fachmedien